Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe O-Sint für Einsteiger. Ja, 90% der Leute wissen offensichtlich nicht, was STRG F macht. Mozilla hat, also die, die hinter dem Firefox stehen, haben das mal auch in einer Studie untersucht mit Testpiloten und kamen dann auf einen Wert von 81%, obwohl diese Testpiloten eher computerinteressiert sind und geübt. Und trotzdem wissen sie nicht um die Macht von STRG F. Ja, was macht STRG F? Es macht einfach ein Suchfenster auf. Hier unten in der Seite suchen. Denn wenn ich jetzt etwas im Internet suche, heißt es halt noch lange nicht, nicht, dass ich dann eine Webseite kriege, wo das sofort ersichtlich ist. Das können ja auch ewig lange Artikel sein. Und um dann zu genau diesem Punkt zu springen, muss ich ja in der Webseite einfach nochmal eine zweite Suche machen, damit ich da gezielt hinkomme und mich da nicht ewig durchlesen muss. Und das beschleunigt natürlich Internetrecherchen unheimlich, wenn ich das nutzen kann. Also, was weiß ich, ich suche jetzt nach diesen 81%, 81% und ihr seht, es wird hervorgehoben. Und wenn ich jetzt mit STRG G drücke, dann springt er zu den nächsten 81% und zu den nächsten, STRG F und STRG G. Und so kann ich eine Webseite natürlich rasend schnell mir erschließen und den von mir gesuchten Inhalt viel, viel schneller finden und dadurch natürlich auch viel mehr Recherche in viel kürzerer Zeit hinbekommen. Der Firefox hat Unmengen an Tastenkombinationen, die hat Mozilla auch veröffentlicht. Also, wenn wir hier auf Suchen gehen, dann sehen wir zum Beispiel auf dieser Seite Suchen STRG F, Weitersuchen F3 oder STRG G, Rückwärts suchen, dann muss man die Umschalttaste, also die Shift-Taste, die für die großen Kleinschreibung zuständig ist und F3 oder STRG und Umschalttaste und G drücken. Und ja, das ist aber nicht das Einzige. Da gibt es auch noch vielleicht eher so bekanntere Sachen. Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, STRG C, STRG X und STRG V. Genau hier. Die kennt ihr ja vielleicht auch aus anderen Programmen. Aber ihr könnt zum Beispiel auch von Link zu Link hüpfen, indem ihr die Tab-Taste nutzt und dann mit Enter diesem Link folgen. Dann braucht ihr die Maus gar nicht in die Hand nehmen. Ja, genau. Auch Seitennavigation, Seite vor und zurück. Also da gibt es unheimlich viele Sachen. Und das, was einen interessiert, das sollte man natürlich auch ausprobieren und versuchen, sich zu merken. Oder man kann sich auch einen kleinen Zettel nebendran legen. Das dauert nicht lang, bis man das hat. Eine F5-Seite neu laden. Dann auch so eine ganz gängige Kombination, wenn man eh schon an der Tastatur ist, nicht extra die Hand rüber zur Maus bewegen müssen, sondern einfach die Hand auf der Tastatur lassen können. Das ist dann auch schon mal ganz interessant. Aber muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Aber wenn ich Internetrecherchen wirklich machen möchte und da auch gezielt und zügig vorankommen will, dann sollte ich auf jeden Fall STRG F kennen, das hier unten eben dieses Suchfenster öffnet. Okay, dann viel Spaß bei euren Recherchen. Macht's gut. Ciao, ciao.